Ich bin Jan und ich bin Tannin und wir sind die Gewinner der Empirican Cheap Monday Reise in der Stockholm Wir kennen Imperium schon seit 2007, haben das schon ab und zu bestellt und habe jetzt über Facebook eben gesehen, dass es pünktlich natürlich zum Advent den Adventskalender gab und am 6. Dezember war die Stockholm-Reise, naja wie es halt so ist bei Internet-Gewinnspielen, man macht einfach mal mit. Dann haben wir am 24. in gemütlicher Runde bei der Familie von meiner Cousine, die mit am Tisch saß, erfahren, dass die Gewinner gezogen wurden. Ich hatte das bei Facebook gesehen und meinte, guck mal, Jan aus Berlin hat die Reise gewonnen. Okay, ich bin ja nicht der einzige Jan in Berlin und dachte, naja guckst du mal spaßensalber in die E-Mails und da war dann eben die Mail drin. Okay. Die Festshow war sehr amüsant, es sind schon schöne Sachen dabei, aber muss jeder halt für sich selber entscheiden, ob er das mag oder nicht. Ansonsten, wer als Alistara vertreten war von den anderen Modelabels, war schon sehr interessant so zu sehen, wie sowas wirklich abläuft. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Morgen geht es dann wieder abends nach Hause, nachdem wir bei der Headquarterführung waren und mal geguckt haben, wie Cheap Money hinter den Kulissen arbeitet. Hier ist dieser. Ja, ja. Es war auf jeden Fall interessant und hat Spaß gemacht und auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und dann nochmal Danke an den Pübiken und natürlich an Cheap Monday, die uns das ermöglicht haben und dass wir da einfach nochmal, ja auch mal was anderes sehen konnten. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.